Willkommen zu 4 Dinge, die kleine YouTuber kennen. Nach dem Intro geht's los! Nummer 1. Einen großen YouTuber nach Kollab fragen. Oh Mann, ey Mann, wer Kollabo geil. Das wird uns voll pushen, Alter. Zum Beispiel ein Video mit Tien, Alter. Das wär geil. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber ich bin nicht alleine, sondern der Daniel von GameBuds ist dabei und der Verlierer kriegt eine richtig fette Bestrafung. Aber dazu brauchen wir erstmal unseren Henker. Haben wir alle schon gesehen? Alter, Baumi ohne Scheiß. Scheiß, bleib durch. Ich hab die Nummer von Tien. Echt von dem YouTuber, Mann? Pass auf, pass auf. Wir rufen den jetzt an und fragen einfach nach Kollab. Und ich schwör, dann kriegen wir einen Kollab. Ja, Mann, musst du an? Nee, nee, mach du. Komm, mach du. Ich hab die Nummer, du telefonierst. Ja, ich bin vor aufgeregt, Mann. Pssst, bitte. Bitte. Das klingelt mir gar nicht. Das klingelt mir gar nicht. Das klingelt mir gar nicht. Der fuckt jetzt ab, Mann. Fuck, geil. Aber, bleib professional. Okay. Und was ist das für ein schwuler Klingelton? Geht er hin? Nee. Ja, ist ja gut, warte. Mann, das ist bestimmt die falsche Nummer. Was ist? Äh, hi, hi, hier ist mal der Baum von GameBuds. Kenn ich nicht. Und, äh, ich, äh, wir machen lustige YouTube-Videos und so und wir wollten fragen, ob wir vielleicht Kollab machen können mit dir zusammen. Warum klingst du so, als ob du einen Stock im Arsch hast? Ähm, ähm, nein, ich bin ein bisschen aufgeregt grad. Ähm... Bist du schwul? Schluss? Bist du schwul? Ähm, ein bisschen vielleicht. Also, wenn du das willst, wenn du mit uns ab... Brauchst du mal einen Schwanz im Arsch? Ja, äh... Hey, hey, hör mal auf zu nerven. Ich kenn dich nicht, ja? Ich kenn dich nicht. Halt dein Maul und deine Fresse. Und tschüss. Ähm, hallo? Hallo? Chen? Chen? Der hat aufgelegt, Mann. Nummer 2. Arbeit und YouTube unter einen Hut bringen. Oh, Gott sei Dank Feierabend, Alter. Ich bin zu K.O. Ich will schlafen. Guten Abend, Wursche! Bist du bereit zu YouTuben? Das heißt, Videos aufnehmen, schneiden, hochladen und so weiter und so fort. Nummer 3. Einen kleineren YouTuber nach Kolla fragen, weil es mit den Großen nicht geklappt hat. Yo, 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 yo. Baumi, 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 pass auf. Die Nummer letztens mit Tian. Vergiss sie, ich hab noch einen YouTuber. Ja, oder? Ich hab The Reaper, der hat im Vergleich zu Tian nicht ganz so viel, aber knapp 50.000 Abonnenten. Okay, ist doch auch nice, Alter. Genau. Du musst das machen. Das ist nicht angerufen, komm. Nein, ey, Baumi, nimmst du nicht böse. Aber diesmal probier ich mal mein Glück. Naja, okay. Okay. Komm, Alter. Mach, 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 mach. Dieser wird safe was, Alter, Mann. Das ist doch der Call of Duty Zocker. Der Call of Duty Zocker. Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 3. Und, Alter, was soll das denn jetzt? Wer ruft ihn jetzt an? Hä? Der ist gute Reichweite. Hallo? Ah, hallo? Wer ist da dran? Hallo, hier ist Wuschel von GameBuds. Hey, meine kleine Frage. Hättest du Interesse an ein Collabo zwischen uns? Also halt so ein Video mal auf deinem Kanal? Erstmal eine Frage. Woher habt ihr eigentlich die Nummer her? Äh, die Nummer? Ah, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe die Nummer von einem Kumpel. Ähm, nee, ich will eigentlich nichts jetzt mit euch machen, aber lasst mich mal in Ruhe. Nee, danke. Also... Okay. Komm, bitte. Bitte. Komm schon. Nee, 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 ciao. Ciao. Ja, ja, Reaper. Der aufblick. Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm... Nummer 4. Ein 2 Minuten Video trotz schlechter Internetverbindung hochladen. Na, schnell das Video hochladen. Wir sind verdammt spät dran. Warum dauert das so lange? Wir wollten uns nachher an dieser Stelle für die Kollabo bedanken mit... Tien und mit der Reaper. Vielen Dank an euch. Schaut mal auf ihre Kanäle. Der Link in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben riesig freuen. Hier oben könnt ihr draufdrücken, wenn ihr uns unterstützen wollt. Drückt auf die Mitte drauf und ihr kommt zum letzten Video. Und hier unten findet ihr den Twitter-Button. Unter dem könntet ihr uns beim nächsten Video unterstützen. Wenn ihr dieses schniegel-Gamer-Shirt haben wollt, sichert euch die letzten Exemplare, die sind bald weg. Unter der E-Mail, die in der Beschreibung steht. Haut rein!